hallo und willkommen zu einer neuen folge bladeball zur folge neu lasst auf jeden fall abo und like da und aktiviert die glocke für mehr direkt hier in der runde drin und ich will heute wieder ein win holen mit rapture das letzte mal hat es ja gut geklappt ich habe ein bisschen off stream weiter gespielt habe meine 90 wins fertig und das nächste ziel wird 100 wins so dreistellig da hoffe ich jetzt dass wir in diesem video schon ja näher kommen denn die lobby ist okay sind zwei absolute pros sonst ist das eigentlich okay der ist dead bei geht direkt wieder auf mich ich schalade ihn auf den typen der stat ab ihn kerem ist tot das war der mit 900 wins aber nicht gut also ich weiß diese doppel spam taktik mit f und der maus auf jeden fall viel besser ihr schon gesehen habt gott ein bisschen da dachte ich der ball geht auf mich aber hat um gelungen mein gott bin ich beschissen als habe ich nicht dumm oder was der reaktion von einem schildkröte alter ich kann okay kann nichts abholen ja wir sehen uns dann auf jeden fall in runde 2 erste runde war schon mal okay so leute runde diesmal diesmal vierer teams tatsächlich hat man auch noch nicht und ich habe in der lobby gesehen standoff läuft dass hier ein train auch in der lobby ist also ich werde jetzt nicht so geschrieben aber ja cool noch ein train aber der ist im gameteam und ich bin team rot ich mit ich mit stecki alter ich werde hier noch nicht okay jetzt geht dabei wieder auf mich pilu milue pilu milen in den arsch hat wo ein gelber noch der jaden zwei blaue und ich mit meinem team mate blau ging rot ich habe rapture ready weil auf mich kommt dann mal die rapture die tängeln hier hin und her ich mache dings okay habe ihn habe ihn habe ihn habe ihn okay 2 gegen 1 2 gegen 1 kommen wir schaffen das hat wie paar okay let's go er ist in der zweiten runde mit stecki richtig und wichtig wir sehen uns dann auf jeden fall in der dritte runde sorry zeit am schluss fressen ah lol ok ok die stadt für 800 münze ich möchte mir auf jeden fall swap kaufen dann kann man auch leute outplayen aber ich weiß nicht ganz genau wo man das einsetzen muss also wenn der ball auf mich geht oder auf den gegner und dann schwimmen das weiß ich ganz genau auf jeden fall haben wir jetzt hier eine kiste wir uns danach abholen können dabei wie auf mich muss ich aufpassen ich mal hier wieder so ein um die waren machen das traut sich niemand der mit rieber vielleicht bleibt mal stehen ok es sind auf jeden fall noch drei leute wenn hier niemand auf dem baum steht ok sie ist dort 1v1 add reaper 2er reaper ne jawoll easy 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 dritte runde auch gewonnen dann sehen wir uns in der vierten runde so leute vierte runde wird es ein back to back to back oder nur ein back to back mal sehen leute ob ich die runde auch noch hole ist auf jeden fall immer noch dieser eine typ da drin der mit 700 wins aber der ist nicht so gut anscheinend hat jemand puls also denke ich dass ich die runde auch holen werde wäre super cool die sounds ey diese komische äh sende hier ja das war ja schlecht ok der ist gelieft perfekt rapture habe ich immer noch ok vielleicht mache ich gleich rapture ich will aufpassen auf den typen da neben mir ok ok der ist tot so an er hier fox ist das oder oh mein gott bin ich scheiße oh ich hab zu früh geklickt oh mein gott wie schlecht ja gut leute wir sehen uns dann in der letzten runde oh die letzte und alles entscheidende runde und gucken ob wir einen 3 äh 3 zu 5 holen drei runden gewonnen von 5 wäre auf jeden fall was neu ist ne hatte ich glaube ich noch nie geschafft wäre cool aber der fox ist echt eigentlich ganz gut für 76 wins ah ist rausgelieft äh rausgelieft und dafür ist Minecraft äh 1980 reingejoint mit 90 ja jetzt ist der sogar besser er macht sich unsichtbar ok hier ist eine schatzkiste ich stelle mich auf die schatzkiste das ist mein win oh my god alter hat er den einfach reflektiert und er ist einfach gestorben lol dieses kafffeld auf long battle kann ich auf jeden fall gleich web oh gott was er sehen geklickt fettfingert hab jetzt will er jetzt will er jetzt will er komm komm näher komm näher Junge komm näher komm ran ah ne die bolette oh wenn er sich dazwischen schmeißt ne ist er schuld oh mein god ist das schlecht bleib einfach stehen einfach stehen bleiben einfach stehen bleiben die bewegt sich ich bleib stehen wie ein Stein jetzt hat die kraftfeld dann hat sie auf im perfekten moment kein kraftfeld mehr ja perfekt gut er hat auf jeden fall rapture und er ist tot ja Leute das war es mit der neunten Folge Blade Boy ging wieder ein bisschen schnell ich habe drei von fünf wins geholt war auf jeden Fall ne super Folge da nähren wir uns auf jeden Fall der 100 und ich habe sogar 94 warum auch immer ja gut das war es auf jeden Fall mit der Folge schaut bei meinen anderen Folgen vorbei und dann habt noch einen schönen Tag ciao